Also das Mikrofon funktioniert immer noch und es ist bereit, dass der eine oder andere noch nach vorne kommen kann, um zwei, drei Sätze zu sagen. Wie? How? What happens when we depend on God? We reduce your sharing to this. What happens when we depend like children on God? Wirklich sagen, was geschieht, wenn wir von Gott abhängig sind? Okay, yeah, please put your hands together for our dear brother Kyle. Also schon mal ein Applaus für Kyle. You don't need the mic. He'll learn.